So, weiter geht's. Kanalisation von Damme! Guck nicht! Strahl dich ab! Alter, da sind das viele. Halt sie mal auf! Sieht ihr das mal an? Hier unten war jemand. Vielleicht die Bordeskirche? Korbo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Code Bridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer an der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausdring dieser Tunnel am Fluss aufhält. Einen Freund, den Sie bald treffen werden. Okay. Oh! Hast du Angst? Es zerkoren! Erleben nur Kaufleitung! Was da los? Oh! Die Ratten fassen nicht auf! Wir haben aber einen Appetit, du! Guten Appetit! Oh! Jetzt geht der schnell! Ja, weg hier! Schnell weg da! Wetter! 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 Werbeißer! Wo bin ich hier? Nein! Da kommen noch mehr Ratten! ? Watt, die fressen den, die wollen dich! Tja, mein Freund! Haltung! Auah! Schmeckt ekelhaft, ich bin zu salzig! Nimm den! in da war doch übergucken oder haben sich ein paar lieben das war süß leere Flasche Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem was wir brauchen um das zu kaufen selbst dass es jetzt aufbraucht und wir können nichts mehr tun als zu warten wir sind erkrankt und es gibt keinen Ort mehr an dem wir uns sicher wären sie brechen in Häuser überall in unsere Bezirke ein um sie zu durchsuchen also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen unser Feuer wird die Ratten fernhalten aber sie werden am Ende die Stadt erben Damien jetzt hallo Nordpress Passing und weiter geht's Hallo mein Kumpels Wasser da klatsch da r 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 Sollte die Leichen nicht in die Wagen, die sehen wir nicht. Ich will lieber hier oben bleiben, oder so? Ich will lieber hier oben bleiben, meinst du? Ob man hier oben gehen kann? Alle? Ja, was treffen wir jetzt? Wir schützen unsere Kollegen runter. Runter! Da habt ihr die Number One, oh hier haben wir noch mehr. Da habt ihr Number Thief... Und da habt ihr Number Thief. Lass das durch, dann mach ich's auch. Mach ich's auch! Er muss auf jeden Preis gefangen oder getötet werden. Boah! Boah, was? Boah! Mein Herz, Alter. Also ne Rattenflage ist das Problem hier. Oh, Apfel. Was das hier? Kupferrad? Das ist Geld. Ja, Kupferrad hat das wirklich nicht. Kupfer? Ah! 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 Wann halt denn? Projektil wär aber... Das ist gemein. Mani, 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 jede Flasche brauche ich gar nicht. Zick, zick, zick. Oh, jetzt noch was. Geld, Geld, Geld. Was? Kratzen? Ach, da ist das sofort. Ah, da rum. Ach, der erwartet nicht, sondern da verspalt es gleich. Ich dachte jetzt schon, wir schlacken hier alles mit und können das dann für später hier. Auch brauchen wir allerdings auch nicht. Aber man sieht schon, die Stadt ist ja sehr schön hier in der Kanalisation. Ah! Oh, scheiß Projektilkacke, Alter. Was heißt da? Was heißt da? Ich bin der Mann. Weiche. Ich hab' auch nicht zu fragen. Ist nicht zu schwer. Seien Sie gegrüßt, Korbe, oder? Sollte ich kaiserlicher Schutz her sagen. Das waren Sie doch bevor der Titel Ihren fenschlicherweise genommen wurde. Sie sind die in einer Kaiserreich und der wahren Kaiserin. Einer Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre. So, zögern Sie nicht, sondern behalten Sie sich. So, neue Waffe. Ein... 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 Wie heißt das? Ein ausklappbares Messer? Hätte ich auch gern so einen Teil. Einfach mal so aus. Du hast Geld. Da muss er nämlich gleich so rumwabbeln, wenn ich dir Geld klaue, ne? Keine Ahnung, was er jetzt stand. Ich hab's einfach mal eingepackt. Mach ich auch immer gut. Ich lese ganz nach. Was? In den ausgerissenen Gegenstand wechseln? Ah! Ambrus. Betäubungsbolzen. Ambrusbolzen. Brandbolzen. Oder... Pistole. Nehmen wir erstmal die Ambrus. Öffnen durch. Ahahaha. Jetzt seh ich das aber. Ich konnte schon mal schauen. Oh, Jellys Anteil. Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu ändern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen verstanden. Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden, wenn nicht. Dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneu zurück. Warten. 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 Hier sind eins. Warten. 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 Achso. Ich muss die Kombination noch eingehen. Hier. 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 Warten. 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 Boah. 50 München. Jetzt sind wir aber reichen. Jetzt sind wir hier richtig gebunden. Da kann man sich einfach alles hier drauf in der Stadt. So. Klettern, klettern, klettern. Oh. Oh. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du wen wir hier jagen? Versuch nicht den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim sterben möglichst viel Lärm. Töt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Bastard. Tja. Weitere. Weitere. Oh Gott. Naja, die Ratten. Boah. Das stinkt ganz schön. Hä? Verarbeitest was? Ja. Hä? Ist vermutlich vorbei. Wir kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Wir verschwinden einfach im Wasser und das war's. Oh. Was? Nein, hast du nicht. Baaah. Nein, das ist doch du hast. Ich bin mir. Hast du nicht. Hast du nicht auch nicht gehört? Das ist ja. Aber es hast du mir nicht durchgelassen, wir nichts zu sein. Dankeschön. nett nett. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich weiß, dass du hier wärst. Oder willst du denn wissen das jemand? Ich bin gar nicht hier. Ich lüge mich doch nicht an. Wo bist du? Da. Ja. Sein Kopf fällt rein, aber der Rest nicht. So. Ja. Da gehen wir noch an, oder? Schaut scheinbar so aus. Ach, meine Pfeile habe ich auch wieder bekommen. Das ist cool, dass ich meine Pfeile wieder aufheben kann. Ey, du schuldest mir noch einen Pfeil. Wenn sie mal bitte sagen, wo der ist. Ja. Du musst schwimmen. Achso. Ich dachte jetzt schon. Ja, gehen wir runter. Wo liegt denn dein Kopf? Da liegt einer. Ja. Mein Kopf hat noch meinen Pfeil. Oder auch. Doch, Bolzen stand da, oder? Ja. Dankeschön. Danke. Oh. 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 Ich nehme schon zu viel auf. Ich werde das teilen. Das geht. Fuck. Oh. 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 Was. Oh. Aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. So hat kurzehr. Mann. Warte. Sehen Sie sich nicht um? Ich warte hier. Aber beeilen Sie sich. Jetzt hetzt man mich, Alter. Immer hetzt ihr so. Ob ich ins Wasser kann? Ich mach's mal ein. Lupp. Aua. Ah. Ja, hab ich schon gemerkt. Ah, ich komm hier nicht raus. Oh, was wechseln Sie? Warum sagen Sie mir nicht? Ich bin schweig. Samu. Du bist ein Arsch. Da Brennhafen fliegt durch Don Wai. Interessiert mich nicht. Mano. Das rät schon auf, wenn man stückt. Dafür... Ich könnte... Alle... Du, 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 du. Ich will hier nicht sein. Hau auf dein Zuhause. Was zu vermieten ist. Hier, For Rent. Würden wir auf jeden Fall kaufen. Diese... Fünf, äh, Sterne, Abfall, Eimer, Tonne. Hallo, again, Samuel. Wie geht's dir? Ich weiß, wer du bist. Ich weiß auch, für wen du arbeitest. Wir haben uns gerade noch getroffen. Weißt du nicht mehr? Ich bin da ins Wasser gefallen oder bin ich gestorben. Hast du wahrscheinlich schon vergessen, aber ist okay. Nee, wirklich. Geht wirklich ganz klar. Jetzt fragst du mich, ob wir jetzt los wollen oder nicht? Ja, ja. Äh, warte. Ich brauch noch einen kleinen Augenblick. Ja, ich seh mich ruhig um. Ich wusste, dass du das sagst. Komischerweise. Boah. Ist das ein Wahl oder ein Heil? Krass. Er hat sogar eine Beschriftung. X2. Sieht aus wie... In Wahl. Auf jeden Fall in Wahl. Welche Nummer hat der? Null. Das ist ihr erster Wahl, wenn sie gefangen haben. Und was das später kann man. Na dann fahren wir auch gleich los.